So, heute erkläre ich euch mal, wie ein Plan aufgebaut ist bei uns. Da wir in Oberhof sind, haben wir sicher Fokus auf Schnittkilometer. Das heisst, wir haben jeden Morgen Skitraining aus Ramantik, weil dort ist die Halle zu. Dann trägt man alle Intervalle einträgt. Das sind drei an der Zahl, eins am Nachmittag, zwei am Morgen. Nach dem Intervall trägt man die Langeinheit einträgt. Und weil diese recht viel Substanz braucht, hat man meistens am Nachmittag Ruhe. Dann trägt man alle Krafttraining einträgt. Dann kommen noch die Sprints und der Rest wird noch aufgefüllt in Ausdrucktraining. Ja. Wichtig ist zu filmen. Ja. Ja. Ich schwöre dir, der Gedanke ist mit wie ein Kopf. Und jetzt gibt es Gegenteile, was wir sagen. Prima. Das ist ja eine Schöne gesehen in deinem Auto. Ah, 50, denke ich. Das ist ja eine Schöne gesehen. Tschau zusammen und willkommen zu Episode 2. Wir haben eine lange Fahrt hinter uns. Acht Stunden ist sie gegangen. Etwa zwei Stunden länger als sonst. Und sind jetzt in Oberhof angekommen. Da sind wir jetzt für neun Tage. Und gehen etwa sieben Mal, wie ihr schon gesehen habt, auf den Ski. Und jetzt gehen wir zuerst mal Ski machen. Ah, hier ist die Frage. Sie sagen, sie sagen, sie sagen. Es ist 754Q3. Ja. Jawoll, jetzt sieht es aus wie langläufig. Jetzt haben wir halb vier. Jetzt baut der bald das zweite Training an. Aber zuerst gibt es noch etwas zuviel. Mit Rostfutter plus Bananen und ein wenig Fernsehen. Und dann geht es weiter. 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 Jaanik Hier auf dieser Rollskei-Bahn hatten wir es. Wie war es Avelino? Bitter. Neue Max-Pulse. Ja, schau, halt wie Intervall. Klassiker. Klassiker. Und du wie? Taktisch gelaufen, immer hinten geblieben. Und das letzte Führer. Ja, das ist gut. Serial, du? Ja, das war mein erstes Skating in 5 Intervallen. Das war bitter. Aber am Schluss hat noch etwas Kraft gefehlt. Aber es kommt schon. Ich habe das erste Mal meine Arme gebraucht beim Skaten. Das ist nice. Und du? Ja, nice. So, jetzt haben wir Ruhe nachmittag. Das heisst, Minigolf spielen. Ein bisschen chillen und morgen geht es weiter. Nick, auf wen tippst du? No, no, no. Dich? Fein. Ich sehe meinen Schatten noch, wenn ich filme. Uff. 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 Ja, du. Der Flurfond. Sieg Nummer 1 in diesem Jahr. Gibt es noch mehr? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Es war eher aufwärme. More to come. Aber es war ein harten Kampf gegen Easy Physio, Martina Friedli. Aber easy, easy win. Einschlag Vorsprung. Da ist eine große Herausforderung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. Bis zum nächsten Mal. Heute das erste Intervalle in der Halle, 1-4. Auf den Ski, das erste. Wie ist es gegangen? Blendend! Gut. Du? Hä? Was ist die Frage? Wie ist es gegangen? Easy. Er hatte einen sehr guten Ski. Bomben Ski. Ich wie immer auch gute Ski. Äh, ja. Nicht so streng. Ein bisschen 3-4. Wie immer in der Halle. Aber es war nice. Hier sieht man die Halle noch von oben. Eine Schleife. Hinter zwei. Und nachher so noch ein Ring. Ich hatte noch eine Physio. Er hat sich ein bisschen den Fuss mobilisiert. Das Wedli massiert. Das Scheinbein massiert. Ich hoffe, dass alles wieder ready ist nach dieser Belastung am Morgen. So. Jetzt haben wir den Ball 3 Stunden in der Halle. Und dann war es her. Heute Morgen war es ein bisschen der Wurnding. Nicht so motiviert gewesen. Aber nachher habe ich dann die Motivation gefunden. Und dann hat man ein paar guten Punkte schaffen können. Und es sind besser geworden. Ich glaube. Ich hoffe. Jetzt haben wir die letzten 5 Minuten. Und dann sind wir über den Berg. Und dann sind wir mindern. Stage your name. Bibbing dope on flame. I just switched the lanes. Dammy did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping and bass slab on everything. Swimming your shaking away. Cause I got big racks coming. I put my Lorax on it. I ain't skip past losses. I had to get back off him. See the fit lab on it until I whip my coffin. So slash shincrofte. Fertig. Jetzt noch ein Auslauf. Und dann fahren wir nach Hause. 6 Stunden. So, das Lager ist vorbei. Neun Tage in Oberhof. Jetzt gehen wir nach Hause. Wird wüsstwetter da. Ein bisschen auf der Ski gesehen. Wie ihr gesehen habt. That's it. Yeah, it was a nice week. Nice guys. And I'm very happy with this resultat. Like, subscribe and hit the bell button. Und wenn es ein Qual hat. Share it with your mom, your daddy and your bald-headed granny. Daaaammn. Ein try.